Das Problem mit der Jagd geht Sie nichts an, glauben Sie? Das glaube ich nicht. Wenn Sie zum Beispiel eine Katze halten und am Stadtrand wohnen, dann könnte Ihr Liebling leicht zum Opfer werden. Und zwar ganz legal. Ein Jäger darf eine Katze, die sich je nach Bundesland mehr als 200 bis 500 Meter vom Haus entfernt und welche Katze tut das nicht und durch unbewohntes Gebiet streift, erschießen. Und viele Jäger halten es erklärtermaßen für ihre Aufgabe, alle Katzen in der Wildbahn zu beseitigen. Über 100.000 Katzen sollen so jedes Jahr ihr Leben lassen. Aber nicht nur sie, sondern auch rund 5 Millionen Wildtiere. Jäger schießen auf alles, was nicht ausdrücklich geschützt ist. Nicht nur Wildschweine oder Rehe, selbst Enten, Wildgänse oder Kormorane. Und warum? Nun angeblich, weil sie den Wald vor den Tieren schützen müssen. Wir haben Wissenschaftler um ihre Meinung zu dieser Theorie gebeten. Die Luft riecht wild und nach Wald. Die Spannung steigt. Wer wird heute den kapitalen Hirsch schießen? Der uralte Jagdinstinkt. 300.000 Jäger gibt es in Deutschland. Sie fühlen sich der Natur verbunden und dem edlen Weidwerk. Dass es ihnen Spaß macht, Tiere zu töten, das geben die wenigsten Jäger oder Jägerinnen offen zu. So ganz von der Hand zu weisen, ist dieser Thrill aber offenbar nicht. Ich finde das für mich sehr schön, dass ich mit einer geladenen Waffe auf dem Hochsitz sitzen kann und es in meinem Ermessen liegt, ob ich jetzt schieße oder nicht. Das finde ich für mich ganz toll. Was sind das für Gefühle, die da bei Ihnen aufkommen? Ah, so Machtgefühle irgendwie. Offiziell sprechen die Jäger aber lieber von der Regelung des Bestandes als vom Spaß am Schießen. So auch Bundestagsmitglied Jochen Borchert, Präsident des größten deutschen Jagdverbands und der Helmut Kohl war er sogar Landwirtschaftsminister. Also wirklich vom Fach sollte man meinen. Wir leben in einer Kulturlandschaft, die intensiv von Menschen genutzt wird, in der viele Raubwildarten völlig verschwunden sind. Und wenn hier der Wild nicht, der Jäger nicht regulierend eingreifen würde, dann würden sich bestimmte Wildarten, die mit der Kulturlandschaft, mit der Besiedlung durch die Menschen besser fertig werden, außerordentlich stark vermehren. Und andere Wildarten würden dann ganz verschwinden, würden Opfer dieser Wildarten. Und ich denke, insofern leistet Jagd heute eine wichtige Aufgabe, beim Erhalt der Artenvielfalt und bei der Begrenzung und bei der Regulierung der Wildbestände. Auf den ersten Blick ganz klar, Wölfe im Wald, die den Wildbestand regulieren, das wollen doch nur Naturromantiker. Die Mehrheit der Menschen hat seit den Märchen der Kindheitstage Angst vor dem bösen Wolf. Also braucht man doch die Trophäenjäger mit ihren Flinten und grünen Mützen. Oder ist daran was falsch? Alles, sagt der Zoologe Josef Reichholf, der an der TU München 30 Jahre lang Naturschutz lehrte und zahlreiche Preise für seine Publikationen erhielt. Der Jäger als Ersatz für fehlende Raubtiere? Für ihn ein Märchen. Das ist eine falsche Vorstellung. Die Raubtiere haben nie die Wildbestände bei uns nennenswert reguliert. Es waren immer in erster Linie Krankheiten, Winterkälte, Nahrungsmangel. Und genau die Letzteren schaltet der Jäger aus und die Raubtiere hat er auch ausgeschaltet. Die Winterfütterung, die Hege soll ja auch bewirken, dass der Bestand möglichst hoch wird. Und das haben die Jäger erreicht. Den Bestand päppeln durch Winterfütterung? Das ist laut Jagdrecht eigentlich gar nicht erlaubt. Tatsächlich ist es, wie hier, eher die Regel als die Ausnahme. Winterfütterung lässt die Zahl der Tiere steigen. Gleichzeitig erklären die Jäger, dass sie mit der Jagd den Bestand des Rotwildes klein halten müssen, um den Wald zu schonen. Natürlich gibt es Schäden durch das Rotwild, weil Rotwild gerade beim intensiven Druckdorch oder bei den Revieren, in denen viele Menschen unterwegs sind, viele Besucher unterwegs sind, dass Rotwild ja aus den Dickungen kommen, nachher rauskommt, um die Futter- und die Esungstieflächen, an denen sie sonst grasen, um es mal nicht fachmännisch zu sagen, aufzusuchen. Und dann bleibt ihnen in ihrer Not gar nichts anderes übrig, als dann auch im Wald Bäume zu verbeißen. Auch hier widerspricht der Zoologe Reichhoff. Die Jäger lösen nicht das Problem, sie verursachen es. Das Rotwild wird durch die besondere Form der Hege, die bei uns die übliche Hege darstellt, in die Wälder gelockt und gedrückt. Gedrückt, weil es scheu gemacht worden ist, durch die Art der Bejagung, gelockt mit den Fütterungen, gerade auch mit den Wintergattern. Dadurch wird ein Bestand künstlich aufgepäppelt, hochgehalten auf einem Niveau, das die Wälder natürlich schädigt. Wir haben gegenwärtig etwa dreimal so viel Wild in unserem Land, wie das vor der Zeit der gezielten Hege der Fall war. So sind die Jäger auch mitverantwortlich für die hohe Zahl der Wildunfälle in Deutschland. Obwohl die Waldleute natürlich sagen, dass sie ihren Job machen, um genau dieses Problem so klein wie möglich zu halten. Augenwischerei, fast schon Zynismus. Auf jeden Fall Jäger-Latein. Der Wald ist die Schießbude der Jäger. Dort haben sie das Wild optimal für sich aufgestellt. Für ihren Schießspaß und für einen anständigen Ertrag. Schließlich kostet die Pacht ja auch einen Batzen. Da muss der Jäger schon irgendwie auf seine Kosten kommen. Mit Spaß, Wildbret und Trophäen. Der oberste deutsche Jäger, Jochen Borchert, weiß dies weit von sich. Also der Vorwurf, dass Jäger möglichst viel jagen, möglichst viel erlegen, trifft ganz sicher nicht zu. Dazu wird die Jagd heute von allen Jägern nachhaltig ausgeübt. D.h. es wird nur so viel Wild erlegt, wie wieder nachwächst, ohne dass der Bestand gefährdet wird. Natürlich muss das alles wieder nachwachsen. Sonst hätten die Jäger ja im nächsten Jahr kaum Spaß an ihrem teuren Hobby. Folglich haben, naturgemäß, das darf man Ihnen gar nicht so vorwerfen bei den hohen Jagdpachtzinsen, die Jäger ein großes Interesse, einen hohen Wildbestand zu haben und diesen auch so hoch wie möglich zu halten. Also gibt es einen Zweikampf zwischen denen, die die Wildschäden beklagen und den Jägern, die möglichst viel Wild haben wollen, auf hohem Niveau. Und zwar seit Jahrzehnten anhaltend auf hohem Niveau. Und das wird wahrscheinlich vorerst auch so bleiben, denn die deutschen Jäger haben eine starke Lobby. Und so bleiben die Wälder wohl bis auf weiteres auch Wildzuchtanlagen für einen privilegierten Freizeitspaß.